Hurm Robert Interview Wem wolltest du da mit Angst nommen? Palle, pallur Thermometer, Salz Zeuge George Jackson Alleine, the George Jackson The Jackson George direkt böse wie damon ich sag's dir ja emf und foto temperatur und kamera ja der timer geht ja erst los wenn wir drin sind können die ganze kameras die vorne vor die tür machen ich hole noch ich hole noch eine kamera die haben gesagt du wohnst im baumhaus wie so ein affen junge richtig im baumhaus schlafen junge wie geht es dir wo bist du gib anderen ein zeichen die voodoo puppe die hängt an der wand ich habe die knochen unten in der küche ja wo gehören denn auch sonst knochen ich komme wo bist du magst du die ich hab die glockage gefunden hier ist der erste wieder wo denn hinter der küche im gang also hier ist es ab 9 grad ff hier war ich glaube ich noch nie also vielleicht wenn das durch er hat auch gesprochen ja so ein bisschen karl hier ist noch zu warm hier hinten ist zu warm hier hinten ist zu warm ja aber wo ist es denn kalt hier ist 8 grad nein nein ja das liegt daran weil ich die tür aufgemacht hab oder meinst du ist das drüber der raum naja gut ich glaube nicht dass das bisschen Wärmeunterschied bist du hier wer hat ja hier mit mir geredet ich dachte das scheißding aus ey ja wieso denn dann hätte ich ja auf euch ja und ja wir wissen doch dass er redet was will er noch sagen ok mach ärger ich bin draußen ok mach ärger ich bin draußen was soll er noch mitteilen waaat äh vielleicht will er noch ein bisschen was erzählen schnack w w w w w w w w Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich glaube in den Raum, den Jakob ausgesucht hat, sind Geisterorps Ja, ja, safe Geisterorps Guck mal, was ich ausgesucht habe Ich komme mit Fingerabdruck Ich komme auch wieder zurück und hole noch ein paar Sachen Also ich habe wieder zwei Hände Natürlich hast du zwei Hände Brauchen wir noch irgendwas für Mission? Ich glaube schon, ich weiß noch nicht was Opa Opa Scheiße, Scheiße, ich wollte ihn verarschen Also Kai ist tot, aber ich sehe mal wieder seine Leiche im Endeffekt Hallo? Ja, Kai ist tot Okay, du musst jetzt nochmal rauskommen Sanity Pillen nehmen Okay, wir haben auch alles, äh, alle Events bis auf, ähm, die Identifizierung Also den Trittbeweis Okay, ich muss noch einen Ich muss noch mal rauskommen Ich muss noch nie Setzen Also was, was, ähm, müsste man noch finden? Also es könnte sein Poltergeist, Gin oder Mare EMF5 für Gin Geister Fingerabdrücke für Poltergeist Oder Gefriertemperatur Gefriertemperaturen hast du ja gecheckt, die haben wir nicht Ne, hatten wir noch nicht Ich nehme die UV-Lampe mit Und auf jeden Fall Pillen nehmen Ja, und was war das andere? Ach das Buch Nehm ich eins mit einem Buch Scheiße, wo sind jetzt die Lampen? Ach da hat sie sich versteckt Gut, dann Wollen wir hinten rein, also hier an der Seite, da müssen wir nicht durchs ganze Haus und nicht schlappen Ja, können wir auch Weniger Chancen getötet zu werden Ja, ist der ein Glangier oder was? Du kannst sogar noch einen dahinter nehmen Ja, der nächste Ja, ich nehme die 1 2 2 5 2 1 2 3 2 2 3 4 4 Fingerabdrücke, hast du ein Fotoapparat zu verlegen? Nee, aber liegt hier irgendwo einer? Nee, dann nehmen wir mal die UV-Lampe. Dann haben wir alles. Ja. Ja, sehr hilfreich. Ja gut, dann haben wir alles, oder? Ja, voll rein. Ja, voll rein. Ich bin mir eigentlich irgendwie so ein Geist, dass du da drauf gehst. Äh, nee, aber ich glaub ein Granal ist eins drin. Ah nee, da ist so ein dunkler Schatten, gilt das als Geist? Wenn da Geist drüber steht, ähm, ja, wenn nicht, nicht. Wenn nicht. Gut, dann können wir fahren, denk ich, ne? Ja. 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 Oh, wieder zwei Level-Unterschied. Ich werd dich killen, ey.